Hallo und herzlich willkommen bei AUSIS Gold und Silberminen, ihrem YouTube-Kanal für die monetären Edelmetalle und die Minenaktien. Und wir präsentieren Ihnen heute eine neue Ausgabe des Minenbriefings. Zusammen mit meiner Partnerin Natalia Baryschnikow betreuen wir die Wikifolios AUSIS Gold und Silberminen, SilberminXXL und Global Macro Multi Assets. Aufgrund aktueller Ereignisse haben dich heute mal den Titel gewählt, Nächste Geldflut. Und natürlich, wie versprochen, heute das erste Kalendertürchen unserer beim letzten Mal vorgestellten Top-10-Liste unserer Lieblingsminenaktien. Im Moment wollen wir heute mal Ihnen die B2 Gold porträtieren. Das ist die Themenagenda, die wir für Sie vorbereitet haben. Zunächst mal die nächste Geldflut rollt an, speziell in den Vereinigten Staaten, aber sicherlich auch dann in der Folge in anderen Regionen der Welt. Natürlich B2 Gold Minenporträt und noch ein Wikifolio-Update. Ja, beginnen wir mal mit der Geldflut. Da hatten wir eine sehr interessante Woche hinter uns, die erst einmal gar nicht so gut startete. Zwar schon für den sogenannten POTUS, den Präsident of the United States, Donald J. Trump. Der kam nämlich aus dem Militärkrankenhaus in Washington frei und ist jetzt auf dem guten Weg der Besserung. Das hat die Märkte zunächst mal erfreut. Und dann aber am Dienstag hat er etwas verlautbaren lassen, was die Märkte doch sehr stark verunsichert hat. Nämlich, dass es vor der US-Wahl am 3. November keine Verhandlungen mehr über ein fünftes Konjunkturpaket gibt. Die Demokraten wollen ja ein Paket über 2,2 Billionen US-Dollar durchsetzen. Aber das hat Trump zunächst mal abgelehnt. Dann hat aber am Dienstagnachmittag amerikanischer Zeit auch noch der US-Notenbankchef Jerome Powell gesprochen. Und der sagte, das sehen Sie hier unten, dass eine unzureichende Unterstützung der Regierung für die konjunkturelle Erholung unnötige Härten mit sich bringe. Und er ist, wie es die Financial Times so schön tituliert hat, oben der Cheerleader für Fiskalstimulier, weil er das bei jeder sich bietenden Gelegenheit auch seine Kollegen wiederholt. Natürlich, die FED stellt unlimitiert Geld zur Verfügung, aber es muss natürlich auch jemand nehmen. Das ist das typische Phänomen, das man in der Ökonomie Pushing on a String nennt. Also Geld ist da, die Tränke ist voll, aber die Pferde müssen schon selbst saufen. Und in dem Fall ist es eben so, dass die Regierung das Geld verteilt. Und die muss es eben auch abrufen in der Weise, dass sie der US-Notenbank Staatsanleihen verkauft und mit dem Geld dann die Konjunktur stützt und dieses Geld weiter verteilt. Die Botschaft scheint Donald Trump dann vernommen zu haben. Also das war hier die Enttäuschung über die ausgesetzten Verhandlungen. Die Trump sehr einseitig, ohne Rücksprache mit den Senatoren, sogar ohne Rücksprache mit seinem Finanzminister Stephen Mewchin getroffen hat. Sehr einsam per Twitter. Dann aber hat er das Ganze relativiert. Das sieht man hier. Da gab es zunächst mal eine Stabilisierung, in dem er nämlich sagte, er könne sich vorstellen, auf jeden Fall eine Bill, also ein Gesetz zu unterschreiben oder eine Präsidialverfügung, wo zunächst den Airlines geholfen wird mit nochmal 25 Milliarden Dollar, damit die Airlines ihre Mitarbeiter nicht freisetzen müssen, was ja ab 1. Oktober jetzt sonst der Fall wäre. Da gab es ja schon etliche Ankündigungen von Massenentlassungen und er wolle darüber hinaus noch 135 Milliarden Dollar für das sogenannte Paycheck Protection Program für die kleinen Unternehmer bereitstellen, damit die also auch ihre Mitarbeiter halten können. Das hat den Markt schon mal erfreut. Darüber hinaus, und das hat dann wieder die Demokraten sehr verunsichert, möchte er auch noch eine Standalone-Bill für Stimuli-Checks, also das ist das klassische fiskalische Helikoptergeld, also Checks mit seinem Namen drauf über 1.200 Dollar an die Great People immediately verschicken. Also er steht bereit, dieses zu tun. Das haben die Demokraten natürlich brüsk von sich gewiesen. Die haben noch den Albtraum in Erinnerung, dass Trump diese Stimuli-Checks drei Wochen zurückgehalten hat, damit überall noch sein Name drauf gedruckt wird. Nun ist das aber kein Geld aus seinem Portemonnaie, sondern natürlich Steuergeld, beziehungsweise Geld der Notenbank. Eigentlich müsste dort die Unterschrift von Jerome Powell drauf sein auf diesen Schecks, denn Trumps Finanzministerium leitet die ja nur durch die Schecks. Das hat aber den Finanzmarkt ein Stück weit entspannt, auch Gold, weil man sagt, okay, jetzt kommt neue Liquidität, die stützt die Assetpreise, also die Vermögenspreise und natürlich spiegelblittig steigen dann auch die Verbindlichkeiten an. Ja, das ist eben die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Man versucht, die ökonomischen Schäden mit noch mehr Schulden in Form von Stimuli zu beheben. Dann hatten wir Ende der Woche noch eine weitergehende Bereitschaft von Seiten des Weißen Hauses. Im Grunde die totale Umkehr dessen, was Trump am 6. Oktober gesagt hat, nämlich, dass er bereit wäre, jetzt das Angebot von Seiten der Republikaner aufzustocken des Weißen Hauses und den Demokraten sehr weit entgegenzukommen. Es war zunächst mal von einem Paket in Höhe von 750 Milliarden Dollar von Seiten der Republikaner die Rede. Die Demokraten wollten erst mal über 3 Billionen, dann waren sie runter auf 2,4 Billionen, zuletzt auf 2,2 Billionen. Aber die Republikaner taten sich schwer. Jetzt sagt Trump, okay, 1,8 Billionen könnte ich mir vorstellen, noch vor der Wahl für ein fünftes Konjunkturprogramm. Da schossen die Märkte dann auf dem, ja, da drehten sie quasi on the dime, auf dem Hacken rum und schossen nach oben. Das gilt nicht nur für den Goldpreis, auch für die Aktienmärkte, für die Minenaktien, auch für andere Rohstoffe. Und das hat dann gehalten bis zum Wochenende. Und das ist das, was er hier angeboten hat. 1,8 Prozent Anstieg, also nochmal ein Angebot über 1,8 Billionen, Billionen Dollar. Und Nancy Pelosi, die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, hat sich skeptisch geäußert und gesagt, naja, das ist so ein bisschen, das Angebot geht so ein bisschen Richtung 1 Schritt vorwärts, 2 Schritte zurück. Obwohl ich glaube schon, dass das eher umgekehrt ist, dass Trump hier ohne Rücksprache mit seiner Partei in Sachen Konjunkturprogramm 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück, 2 Schritte vor. Man nähert sich an. Also die Chance für ein fünftes Konjunkturprogramm ist zumindest nach der Wahl doch sehr hoch, ich würde sagen 100 Prozent. Und das ist das, was die Märkte natürlich jetzt antizipieren. Dann aber, jetzt am Wochenende, gab es eine Telefonkonferenz und da haben sich die zuvor nicht gefragten, aber doch entscheidenden Senatoren der Republikaner geäußert und das so ein bisschen von sich gewiesen. Und jetzt ist eben die Frage, ob es in der nächsten Woche bei dieser Erholung bleibt oder ob die Märkte sich wieder enttäuscht zeigen, weil sie vermuten, dass im Senat eben nicht die Mehrheit zustande kommt, die man braucht, um so ein Programm abzusegnen. Im Abgeordnetenhaus, also im Repräsentantenhaus ist das Konjunkturprogramm mit der Mehrheit der Demokraten ja schon durch. Da könnte wieder massenhaft Geld fließen und das passieren, was auch Jerome Paul fordert, nämlich ruft die Billionen aus der Notenpresse ab und steckt sie in die Wirtschaft. Aber es scheint so zu sein, dass die Republikaner hier doch Angst haben vor einer sich drastisch ausweitenden Verschuldung, die in Richtung, ich hatte es beim letzten Video erwähnt, aktuell 140 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im nächsten Fiskaljahr bis Ende September 2021 Richtung 150 Prozent. Davor scheut man zurück. Aber dieser jüngste Anstieg hat im großen Bild zumindest dazu geführt, dass Gold hier dieses absteigende Dreieck nach oben auflösen konnte. Wenn auch kurzfristig überkauft, so ist das doch ein sehr gutes Zeichen, bedeutet, dass perspektivisch, wenn dieses wie auch immer dann vom Volumen her geartete Konjunkturpaket kommt, auch Gold positiv reagieren wird. Und diese Zwangslage hat ihr schon oft beschrieben. Wir haben ein ökonomisches Defizit. Wir brauchen deutlich mehr Schulden, als dann an wirtschaftlicher Leistung daraus generiert werden kann. Also vom Anstieg der Schulden, Anstieg des Bruttoinlandsprodukts. Das globales Phänomen geht nur noch über neue Schulden. Jetzt noch die Problematik Pandemie, die noch nicht ausgestanden ist. Das schwächt die Wirtschaft, ruft den Staat wieder auf den Plan für Transferleistung, für Hilfsleistung, für Stimulipakete und so weiter. Bis hin zu Steuersenkungen, die wir auch in Deutschland haben. Das alles führt zu einer nochmaligen Eskalation des Schuldenanstiegs, was wiederum die Notenbanken auf den Plan ruft, die die Schuldentragfähigkeit durch Null- und Negativzinsen aufrechterhalten, vor allem Realzins negativ, und die natürlich über die Geldmengenausweitung dann diese Defizite finanzieren. Das ist ein Kreislauf, ein Teufelskreis könnte man sagen, der aber eben zu einer säkularen Hosse bei den monetären Edelmetallen führt. Und dieser Zusammenhang war in der letzten Woche sehr, sehr gut zu sehen. Sollte es jetzt nochmal zu einer Enttäuschung kommen, weil vielleicht die Republikaner noch nicht so weit sind, hier in Multibillionen-Dollar-Höhe den Demokraten entgegenzukommen. So what, dann macht man es nach der Wahl. Ich denke, Trump ist auf jeden Fall auf der Linie von Jerome Powell, Biden sowieso auf der Linie von Jerome Powell. Und nach der Wahl wird dann auch der Senat vielleicht sich da annähern, weil die Sachzwänge und die Konjunkturlage, vor allem wenn jetzt Herbst, Winter die ökonomischen Schienen durch die Pandemie nochmal zunehmen, diese Sachzwänge natürlich sehr, sehr stark auch Druck auf den Senat ausüben, denn niemand will dort dann Schuld daran sein, der sogenannte Scapegoat, der Schuld, der Sündenbock darin, dass es konjunkturell abwärts geht. Beim Goldpreis haben wir jetzt auch gesehen, dass der Kurs aus dem absteigenden Dreieck nach oben ausgebrochen ist. Wir haben seit Jahresanfang 20,6 Prozent, beim Goldpreis im Dollar über 26 Prozent. Also Gold tut genau das, was es in dem Umfeld massiv steigender, ungedeckter Geldmenge und realer Negativzinsen tun soll. Und das ist sehr erfreulich zu sehen. Und gerade, wie gesagt, diese Korrelation, mehr Geld aus dem Fiskaltopf, finanziert durch die Notenpresse, bringt die Assetpreise nach oben und ebt auch Gold, Silber, Platin, Palladium und die Minenaktien. Das war eine sehr interessante Woche, sehr konstruktiv für uns Edelmetallinvestoren. Beim Silberpreis konnten wir den Aufwärtstrend, der seit Mitte März diesen Jahres läuft, verteidigen, wieder nach oben abprallen. Mal schauen, was die nächste Woche bringt. Aber wie gesagt, ich bin sehr optimistisch aufgrund der normativen Kraft des Faktischen, dass es hier dazu kommt, egal wer gewählt wird. Trump ist ein Defizitspender, Biden ist ein noch viel größerer Schuldenmacher. Also zumindest das, was hier an Forderungen im Raum steht, von Seiten der Demokraten, Sachen Konjunkturhilfe, das überbittet natürlich das, was die Republikaner wollen, nochmal um einige hundert Milliarden Dollar. Im Moment sind es 400 Milliarden Dollar, die man dort mehr möchte. Also an Geld wird es nicht mangeln, egal wie die Wahl ausgeht. Wenn wir uns den Minensektor anschauen, da ging es parallel zu den Edelmetallpreisen hier anhand des Philadelphia Gold & Silver Sector Index auch nach oben in der letzten Woche. Und es hat sich zu unserer großen Freude auch das M&A-Karussell im Minensektor in der letzten Woche weitergedreht. Die beiden australischen Goldproduzenten Saracen Mineral Holdings und North & Star Resources, beide übrigens im Ausus-Wikifolie auch vertreten, gaben in der Nacht zum 6. Oktober ihre Fusion bekannt. Der neue Konzern firmiert dann unter North & Star. Und zusammen will man immerhin 1,6 Millionen Unzen Gold pro Jahr fördern. Vielleicht zum Vergleich, die heute Minenportrait vorgestellte B2 Gold will in diesem Jahr knapp über eine Million Unzen Gold fördern. Und North & Star wäre dann ein neuer großer Player am globalen Markt. Und mit dieser Fusion ist das bereits die 13. M&A-Aktivität im Ausus seit Auflage im November 2015. Und davon allein fünf Übernahmen, respektive Fusionen, unter anderem ja zwischen Newman und Goldcorp. Die, also fünf in den letzten zwölf Monaten. Und da sieht man schon, dass es genau die Entwicklung, die ja auch Teil der Grundstrategie unseres Wikifolios ist, das im Moment noch sehr breit aufgestellt ist. Aber die Konsolidierung schreitet voran im Minensektor und gewinnt jetzt auch ganz klar an Fahrt. Und Sie werden es gleich auch bei B2 Gold sehen. Es ist einfach das Kapital da. Die Schulden sind getilgt. Und jetzt muss man eben, um perspektivisch weiter wachsen zu können, nicht nur in diesem Geschäftsjahr und im nächsten, sondern auch 2022, 2023, fortfolgende, muss man in Ressourcenreichweite, in die Produktion, das Geschäft von morgen und übermorgen investieren. Und da reicht es nicht nur, einfach Dividenden auszuschütten, Aktien zurückzukaufen. Man muss auch in M&A investieren und beide Aktien, also sowohl die Sarazen als auch die Northland Star haben in der letzten Woche positiv auf diese Fusionsnachrichten reagiert, weil man wirklich hier entsprechende Synergieeffekte auch sieht. Und weil es beide Unternehmen zusammen weiterbringt in Sachen auch Ressourcenreichweite. Ja, kommen wir zur B2 Gold, die ich ja beim Netz mal schon kurz mal angerissen hatte. Heute die Details dazu. Ich habe Ihnen hier wie immer den Steckbrief mal vorbereitet, wo Sie die Kennzahlen sehen können, wo das Unternehmen gelistet ist. Primär Gold Förderer mit den produzierenden Minen, mit den Projekten, Explorationen, also hier nur ein Auszug. Sehr interessantes Unternehmen, das sehen Sie hier schon, sogenannter Low-Cost-Produzent und von der Marktkapitalisierung schon in dem Sektor, in der Nische, die es im Aktienmarkt gibt, der da heißt Minenaktien, ein größeres Unternehmen und hoch profitabel. Immerhin 2300 Mitarbeiter und noch 2000 sogenannte Subcontractors. Hauptsächlich, es sitzt, also Headquarter ist in Vancouver, aber hauptsächlich tätig in sogenannten Schwellenländern, also Emerging Markets. Da hatte ich ja letztes Mal schon was dazu gesagt zu dem Thema politisches Risiko und auch zu dem Thema Mali. Da komme ich aber gleich nochmal darauf zurück. B2 Gold wurde im November 2006 von dem jetzigen CEO Clive T. Johnson und anderen ehemaligen Manager der BEMA Gold Corp. gegründet, die wiederum schon 1988, dieses Management Team seit 1988 tätig ist. Also über 30 Jahre Track Record, positiver Track Record in der Branche, ganz wichtig. Im Ziel der damals 2006 gegründeten B2 Gold war der Erwerb von Explorations- und Projektrechten von Kindros Gold. Das ist ja unsere Nummer zwei auf der Top Ten Liste und dann ist das nächste Minenportrait. Also hier ist man sich dann auch sehr nah in Kanada. Nach dem Börsengang im Dezember 2007 übernahm B2 Gold zwei Jahre später die Central Sun Mining und gelangte dadurch auch in den Besitz der beiden produzierenden Minen La Libertat und Limon. Beide übrigens in Nicaragua. Und mit der im Jahr 2011 erfolgten Übernahme der Amex Gold Corp. wurde das Otsikoto-Projekt in Namibia erworben. Im darauffolgenden Jahr erwart man dann das fortgeschrittene Projekt der Masbate-Mine auf den Philippinen durch den Kauf der CJA Mining. Und kurz danach, also in relativ kurzer Abfolge, nahm dann auch die Masbate-Mine im Jahr 2012 und die Otsikoto-Mine im Jahr 2013 die Produktion auf. Und 2014 übernahm B2 Gold die Firma Papillon Resources mit dem Minenprojekt Ficola und das ist die Flaggschiff-Mine von B2 Gold. Und die liegt aber leider in Mali und da gab es jetzt einen Putsch im Sommer, der zurückzuführen ist auf eine Revolte von Islamisten. Aber dazu gleich noch mehr. Heute zählt B2 Gold mit über einer Million Unzen Jahresförderung. Also man möchte bis 1,05 Millionen dieses Jahr schaffen. Und einer EBITDA-Marge von über 60 Prozent, also sogar knapp 62 Prozent zu einem der weltweit profitabelsten Low-Cost-Senior-Gold-Produzenten. Der Konzern verfügt aktuell über fünf produzierende Goldminen, die habe ich Ihnen hier auch mal dargestellt, sowie zahlreiche Explorations- und Entwicklungsprojekte in verschiedenen Ländern, darunter in den Philippinen, Namibia, Mali und Kolumbien. Und wie gesagt, der positive Track-Rekord ist mit das Wichtigste überhaupt in diesem Sektor des Managements, auch vom CEO Clive T. Johnson, der nicht nur Gründer, sondern nach wie vor CEO bei B2 Gold ist, also Mitgründer, seit 1988 erfolgreich in diesem Business tätig. Hier sehen Sie das Headquarter von B2 Gold und die entsprechenden produzierenden Minen, die fünf produzierenden Minen, die aber auch immer noch, das werden Sie gleich sehen, in sogenannte Brownfield Exploration aktiv sind. Das heißt, man erweitert die bestehenden Minen immer weiter und das ist auch für dieses Jahr ein entscheidendes Wachstumskriterium, auch für nächstes Jahr, vor allem in der Fekola-Mine. Das ist übrigens diese Flaggschiff-Mine von B2 Gold, so sieht ein moderner Minenbetrieb aus. Und was man sagen muss, B2 Gold ist sehr aktiv im Bereich, weil wir das auch zuletzt mal angesprochen hatten, im Bereich des nachhaltigen Minenbetriebs, des sogenannten Responsible Mining. Man hat sich dort auch den entsprechenden Richtlinien des World Gold Council angepasst und überall auf der Welt, wo man aktiv ist, als B2 Gold bindet man die Kommunen sehr stark ein. Man vergibt regional sehr stark Jobs, man investiert in Weiterbildung der regionalen Arbeiter und der Contractors, achtet sehr auf die Umwelt und versucht auch mit den politischen Autoritäten gutes Klima herzustellen, indem man sich an alle Regeln hält und die Umwelt schont, die Sozialstandards einhält und so weiter. Also da macht B2 Gold einen wirklich sehr guten Job, auch die Unfallquote ist sehr, sehr niedrig, auch im Peergroup-Vergleich. Also auch die Arbeitssicherheit ist in dieser Mine sehr, also in diesem Minenkonzern sehr vorbildlich, das muss man sagen. Das ist erfreulich. Die Produktionsausweitung in den, also ich habe ihn hier mal dargestellt, zum einen ein Säulendiagramm der einzelnen Minen mit der Produktion. Das sind hier für 2020 noch die Schätzungen, deshalb von bis. Und da sehen Sie die zunehmende Bedeutung der Fekola-Mine, die eben immer weiter auch expandiert hat. Und diese Mine liegt eben in Mali. Bevor ich dazu komme, vielleicht ganz kurz noch hier sehen Sie im Zeitverlauf die AISC, die All-in-Sustaining-Kost. Also das sind die operativen Kosten plus Verwaltungskosten plus Kapitalkosten plus Renaturierungskosten plus Explorationskosten. Das alles mit drin, was sozusagen benötigt wird, um die Unze Gold dann aus dem Boden zu holen, zu verkaufen und nachhaltig also auch in Zukunft dann den Minenbetrieb sicherzustellen durch Erweiterung und so weiter. Das alles fließt in die AISC mit ein. Man ist bei den reinen operativen Kosten, also nur das, was man braucht, um die Mine aus dem Boden zu holen, bei ca. 450 Dollar pro Unze. Und man ist bei den AISC im Moment noch bei unter 800 Dollar und rechnet in diesem Jahr so zwischen 780 bis 820 Dollar. Hier steht es auch nochmal pro Unze All-in-Sustaining-Kosts. Das ist wirklich Low-Cost, sehr erfreulich. Natürlich ein Phänomen, das man bei vielen Minen sieht, die in Schwellenländern tätig sind, weil generell die operativen Kosten niedrig sind. Wie gesagt, 450 Dollar pro Unze ist extrem niedrig. Aber das kauft man eben ein mit einem höheren Risiko. Und das wurde dieses Jahr schlagen. Wir haben im Sommer einen Militärputsch gesehen, also im Rahmen eines islamistischen Aufstandes. Der CEO, Clive Johnson, sagt aber, dass das den Konzern nicht davon abhalten wird, die Pläne in Westafrika sogar noch auszuweiten. So hat man zumindest gegenüber Bloomberg in einem Interview erwähnt. Und trotz der Unruhen in Mali konnte B2Gold die Produktion in dieser Fekola-Mine in diesem Jahr um mehr als ein Drittel auf über 620.000 Unzen ausweiten. In Mali und ganz Westafrika sieht das Management darüber hinaus weites, signifikantes Wachstumspotenzial primär durch Brownfield-Exploration, also durch Ausweitung der Minen und durch Ausweitung der gesamten Produktionsinfrastruktur. Da gehört eben auch die Verarbeitungszentren dazu, also die Mühlen und so weiter. Auch Akquisitionen sind möglich. Und dabei wird jedoch darauf geachtet, dass die Vermögenswerte, die man dann einkauft, also die Projekte, die man übernimmt, nicht überbezahlt werden, weil man sieht schon den Trend aufgrund der Goldpreis-Rallye, dass generell die Bewertungen auch in Afrika in diesem Sektor in die Höhe getrieben werden. B2Gold hat außerdem bekannt gegeben, dass die Mühlenerweiterung in Fekola trotz des Putsches einen Monat früher als geplant abgeschlossen wurde. Also man liegt dort auch geografisch etwas von dem Konfliktgebiet entfernt, sodass man da jetzt nicht direkt betroffen ist. Nichtsdestotrotz ist das ein Punkt, den man auch abschlägig dann in der Miene, in der Aktie bewerten muss. Das ist ganz klar, es ist eben ein Risiko. Das Grammalote-Projekt in Kolumbien, das B2Gold gemeinsam mit AngloGold Aschanti entwickelt, könnte die Produktion in den nächsten fünf Jahren sogar um ein paar hunderttausend Unzen steigern. Also da gibt es auch auf dem Gesamtkonzern gesehen noch Produktionsausweitungspotenzial. Und das Unternehmen hat jetzt auch bekannt gegeben, eventuell ein Zweitlisting in London in Betracht zu ziehen, einfach um auch den europäischen Investoren hier besseren Zugang zu gewähren. Nichtsdestotrotz, ich habe Ihnen in der Übersichtsfolie auch gezeigt, Sie können das Unternehmen auch in Deutschland handeln. Aber wenn, dann bitte nach 15.30 Uhr, damit die Spreads sich ein bisschen schließen. Ja, das zum Überblick der Bedeutung der einzelnen Mienen. Ein wichtiger Punkt bei B2Gold ist die Profitabilität. Das habe ich Ihnen hier auch mal in dieser Tabelle dargestellt. Da sehen Sie hier die Brutto-Marge bei 67 Prozent. Und wenn wir uns dann mal die Netto-Income-Marge anschauen, TTM steht für Trailing 12 Months, also die letzten zwölf Monate, dann immer weiter fortgeschrieben. Da sind wir bei 30 Prozent Netto-Income-Marge. Das ist das, die neue Realität bei den Minengesellschaften. Und ein Grund, warum ich im Zuge dieser säkularen Edelmetall-Hosse die Minen für sehr zukunftsträchtig halte. Ich zeige Ihnen gleich auch nochmal einen Vergleich zwischen der Großentwicklung unserer Wikifolios und dem NASDAQ. Im Moment ist ja alle Welt in Tech investiert. Aber das sollte einen nicht davon abhalten, auch über die Minen nachzudenken. Die Performance gibt es alle mal her. Und wie Sie hier sehen, die Profitabilität auch. B2Gold ist schuldenfrei. Das heißt, man hat jetzt mit dem freien Cashflow, das man generiert, auch die Möglichkeit, Dividenden auszuzahlen. Das tut man auch. Wir haben im Moment 1,2 Prozent Dividendenrendite. Die ist perspektivisch, also der Vorwart-Dividend-Yield geht Richtung 2,4 Prozent sogar. Und das KGV ist im Peer-Group-Vergleich mit über 17 noch recht moderat bezogen auf das EBIT. So, dann zeige ich Ihnen noch kurz, worauf denn diese Profitabilität basiert. Natürlich, das sehen Sie hier unten, auf den realisierten Goldpreisen. Wie ich es schon mal erwähnt hatte, in dem Rohstoffsektor, das gilt für die Öl- und Gasunternehmen, aber auch für alle anderen Minen, ist der Rohstoffpreis mitentscheidend. Aber nicht nur. Sie haben es gesehen, wie man sehr, sehr gut bei B2Gold von über 1.000 Dollar AISC auf unter 800 Dollar AISC gekommen ist. Normalerweise sagt man ja, dass im fortschreitenden Zeitablauf im Zuge der Allgemeinteuerung auch die Produktionskosten eher steigen. Aber durch Effizienzsteigerungen, durch Produktivitätssteigerungen kann man eben die Kosten drücken. Das ist das, was ein Management auch im Minensektor leisten kann. Und das ist hier gelungen. Das heißt, steigende Goldpreise und sinkende AISC führen dann dazu, dass überproportional hier die Revenues auch nach oben gehen, beziehungsweise die Gewinne nach oben gehen. Revenues spiegelt ja die Umsätze wieder und aber vor allem durch Ausweitung der Minen, durch Brownfield und Greenfield Exploration hat man es geschafft, mehr Umsatz zu generieren, mehr Unzen zu fördern und das auch noch in steigende Preise hinein. Und beide Trends sollten zumindest in diesem und nächsten Geschäftsjahr noch anhalten. Ab dem Jahr 2022 gehen die Analysten dann eher von der Stagnation aus. Aber wie gesagt, das Unternehmen ist schuldenfrei, generiert Cashflow und hat auch in der Bilanz Netto Cash schon in dreisteller Millionenhöhe vorgehalten. Ich glaube 147 Millionen sind es aktuell. Und das wird natürlich von Quartal zu Quartal mehr. Und damit kann man natürlich sich auch dann das Wachstum von übermorgen einkaufen, so wie wir es zuletzt gesehen haben bei Northern Star und Saracen. Also Übernahmen von Explorern, von einzelnen Projekten, von ganzen Minenunternehmen bringen dann auch wieder Dynamik rein. Und bei Minenunternehmen muss man immer etwas auf Sicht fahren. Aber ich denke, dass dieses Management in der Vergangenheit, das haben wir gesehen, bewiesen hat, wie man neue interessante Projekte akquiriert und diese dann massiv auch noch ausbaut. Und das ist etwas, wo ich sage, da kann man Vertrauen haben in das Management, dass das Wachstum 2022 nicht einfach abrupt aufhört. Nur das ist jetzt sozusagen das, was man projizieren kann. Und die Analysten können sich ja nicht irgendwelche Unternehmensentscheidungen aus den Fingern saugen, die noch nicht da sind. Aber da bin ich recht zuversichtlich, dass dieses Management weiter einen guten Job macht. Wenn wir uns den Gewinn pro Aktie anschauen, dann sehen wir auch hier permanente Steigung. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Unternehmen auf so mancher Watchlist nicht nur von Growth-Investoren, sondern aufgrund der Dividendenpolitik auch von Value-Investoren steht. Und dass B2 Gold ein Anlegerliebling auch in den nächsten Jahren bleibt. Und was die Bewertung angeht, wie gesagt, wir reden hier über einen extrem engen Markt. Und wir haben Bewertungen im Nasdaq, wo Unternehmen deutlich höher bewertet sind oder wo es gar keine Grundlage für ein KGV gibt, weil es gar kein K gibt, beziehungsweise kein G. Es gibt kein G in dem KGV. Und das ist eben bei den Minen anders. Man verdient Geld, man verdient jedes Jahr, jedes Quartal mehr Geld. Es gibt keine Schulden mehr. Cash ist genug da. Und das Management, das moderne Minenmanagement ist sehr stark auch Investoren fokussiert. Und da kann man sich auf steigende Dividenden und steigen. Und auch das Thema Aktienrückkäufe in Zukunft freuen. Ganz klar. B2 Gold im Kurschart, hatte ich Ihnen das letzte Mal schon mal gezeigt, ist jetzt wieder etwas teurer geworden. Ja, das V schon vollendet und man ist jetzt hier aus dieser trendbestätigenden Flagge nach oben ausgebrochen. Wenn die Ziele des Managements trotz des Putsches in Mali in diesem Jahr erreicht werden und man sieht das neu auch nicht nur im zweiten Quartal, sondern die jetzt fürs dritte Quartal anstehenden Produktions- und dann Finanzkennzahlen. Bei den Minen kommen ja immer erst zunächst die Produktionskennzahlen, dann später die Finanzkennzahlen. Wenn beides im Rahmen der Erwartung oder sogar leicht drüber ist, kann ich mir vorstellen, dass hier auch im vierten Quartal das Unternehmen neue zyklische Höchststände im Aktienkurs macht. Das übrigens auf US-Dollar-Basis. Ja, das ist die Investment-Story, Investment-These bei B2 Gold. Low-Cost-Produzent mit hoher Profitabilität. Wir haben die Cash-Operating-Kosts bei 450 Dollar, die uns die ISC bei unter 800 Dollar im Moment. Und wir haben eine starke Bilanz. Das Unternehmen ist jetzt ab dem dritten Quartal auch schuldenfrei. Das Management hat über 30 Jahre positiven Track-Record und ist in diesem kanadischen Minennetzwerk extrem gut auch vernetzt. Rekordproduktion im zweiten Quartal, wahrscheinlich auch im dritten Quartal mit weiteren Steigerungen durch neue Projekte und Exploration. Brownfield, Greenfield. Ganz klar. Responsible Mining finde ich deshalb wichtig, weil man dadurch natürlich auch die politischen Risiken reduzieren kann. Also das hat nicht nur eine moralische Komponente, sondern da geht es auch darum, dass man das soziale und politische Umfeld an den Produktionsstandorten zu seinen Gunsten beeinflusst, indem man auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, auch auf die Bedürfnisse der Politik Rücksicht nimmt. Nicht im Sinne von jeder bekommt Geld und Korruption ist damit Tür und Tor geöffnet, sondern dass man einfach die Lebensbedingungen, auch die Perspektiven, die beruflichen sozialen Perspektiven der Menschen in der Region verbessert. Und dann hat man auch eher eine Chance, an Lizenzen heranzukommen. Dann hat man auch eher eine Chance, bürokratische Hürden zu nehmen. Und man wird auch im Falle von politischen Turbulenzen bis hin zum politischen Umstürzen nicht sofort hier angegangen, sondern als zum Teil systemrelevante Branche in diesen ärmeren Schwellenländern hat man dann auch die Chance, weiter operativ tätig zu sein, weil man sich eben dort gut benimmt in diesen Regionen und gut wirtschaftet unter Einbeziehung der Bevölkerung. Investorenfreundliche Dividendenpolitik und Potenzial für Aktienrückkäufe finde ich persönlich ein ganz großes Thema in Richtung Renditenotstand. Denn dieser Sektor ist wie gesagt nach wie vor unterrepräsentiert in den globalen Vermögensverwaltungsportfolios und hat auch Potenzial nicht nur im Growth, sondern auch im Value-Bereich. Hier wird wirklich Geld verdient und Sie haben die Margen gesehen. Das sind Margen, die kaum in irgendeiner anderen Branche schon gar nicht jetzt verdient werden. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ich finde, da ist man im Minensektor ganz weit mit davor, ganz weit vorn in Sachen Profitabilität, was das Geschäftsmodell angeht. Orange habe ich mal hier hingeschrieben, ohne M&A Aktivitäten nachlassendes Wachstum, dann auch perspektivisch. Aber das ist im Minensektor normal. Die Minen müssen sich ständig rühren, ständig in Bewegung sein, um das Wachstum der Zukunft aufrechtzuerhalten. Das ist einfach das Phänomen, wenn ein Projekt, wenn man es statisch betrachtet, eine Mine ausgebeutet ist, dann ist das Geschäft vorbei. Dann kann man natürlich noch zunächst hochgradiges Erz fördern und dann niedriggradiges, aber irgendwann ist dann auch das Wachstum mal vorbei. Man muss also die Minen ausweiten, Brownfield-Exploration oder auf der grünen Wiese neu suchen, Greenfield-Exploration oder das, was ich glaube, was viel mehr jetzt in Zukunft passieren wird. Man sieht schon, dass diese Lokomotive wirklich an Fahrt gewinnt. Die M&A-Lokomotive Mergers und Acquisitions, Fusionen und Übernahmen. Das ist das, was wir in unserem sehr breit aufgestellten, über 70 Werte umfassenden Wikifolio, Ausis, Gold und Silbermin, auch verfolgen, diese Strategie. Rot-Produktion in politischen Risikogebieten, also das gilt für alle Produktionsstandorte von B2Gold. Deshalb habe ich das hier nochmal vorgehoben. Instabile Machtverhältnisse, Korruption. Und dem kann man eigentlich nur begegnen, indem man sehr verantwortungsvoll und sehr gut integriert und in sehr enger Abstimmung und nach den nationalen Gepflogenheiten, Kulturen und Gesetzen dort sich auch benimmt. Und nicht so, wie es manche andere Miene tut, die dann Kulturgüter zerstört und sowas geht überhaupt nicht. Und das ist aber bei B2Gold zum Glück überhaupt nicht der Fall. Das Management ist hier erfahren genug und sensibel genug für die lokalen Bedürfnisse. Kommen wir zu den Wikifolios. Auch die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich weiß, dass viele von Ihnen auch investiert sind. Und die Entwicklung habe ich Ihnen hier ganz kurz nochmal skizziert. Beginnen wir mal mit dem Silbermin XXL. Da haben wir jetzt im Moment eine Cashquote von nur noch 5% drin. Sie wissen, die war mal deutlich höher. Wir haben dann bei den rückläufigen Kursen nachgekauft. Und jetzt relativiert sich die Cashquote auch dadurch, dass sich die Aktien im Wert natürlich gegenüber der Cashquote erhöhen, aufwerten. Das ist ganz klar. Wir haben seit Jahresanfang im Silbermin XXL, sogenannte Year-to-Date-Betrachtung, plus 23,8%. Wir haben beim Ausesgold und Silbermin Year-to-Date jetzt 26,5%. Und die Cashquote ist nur geringfügig höher als im XXL bei 5,1%. Und im Global Macro Multi-Asset, da habe ich noch über 20% drin, aber die Strategie ist da auch eher eines Hedgefonds vergleichbar. Was ich Ihnen hier noch zeigen wollte, das ist die grüne Linie im Vergleich zu der lilanen Linie. Die grüne Linie ist das Wikifolio jeweils. Die lilanen Linie ist der NASDAQ. Und NASDAQ steht ja eigentlich für National Association for Automated Quotations. Ja, National Association for Security Dealer Automated Quotations, glaube ich, so heißt es genau. Das ist also der Automat, der Computerhandel in Amerika. Und da wird primär in sogenannten oder schwerpunktmäßig in Tech-Aktien gehandelt. Sie wissen, dass allein eine Apple unheimlich großes Gewicht hat, zusammen mit einer Amazon und einer Tesla etc. Aufgrund der Großentwicklung sehr schwer gewichtet sind und diesen Index beherrschen. Wenn man sich aber anschaut, wie die Minen, wenn sie denn mal längere Zeit laufen, auch den NASDAQ outperformen, dann glaube ich, wird klar, was ich meine. Das Potenzial, das die Minenaktien haben, ist meiner Meinung nach höher als das im Tech-Bereich. Das hängt zum einen mit den Bewertungen zusammen, zum anderen aber auch mit der Profitabilität und mit dem Potenzial. Ich sage es mal ganz plakativ und vielleicht auch etwas provokativ. Viele Tech-Aktien sind wirklich ausgelutscht. Das können wir bei den Minenaktien so noch nicht sagen, zumindest was die Investitionsquoten angeht. Da ist kaum jemand drin. Die Robin Hooder, wie sie in den USA ja heißen, die über diese neue Plattform investieren, sind ja schon sehr, sehr stark in diesen Hightech-Aktien, in den Flaggschiff-Tags investiert. Das ist bei den Minen aber nicht der Fall. Und hier ist Potenzial für zufließendes Kapital und zum anderen Potenzial im Wachstum, Potenzial auch bei den Revenues und vor allem bei den Earnings, Earnings per Share und bei den Dividendzahlungen und bei den Aktienrückkäufen. Also Potenzial ohne Ende in diesem Markt. Und wenn wir es schaffen, davon gehe ich nach der Wahl in den USA aus, von der Liquiditätsseite auch wieder Unterstützung zu bekommen, Fiskalpolitik finanziert durch Geldpolitik, dann wird liquiditätsbedingt dieser Markt auch zur nächsten Raketenstufe, das wieder sehr plakativ formuliert, ich weiß, ansetzen. Aber ich denke, das sieht man hier schon, dass der Markt weiter nach oben will, weil das Umfeld einfach sensationell ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sich das, was wir hier gesehen haben, wiederholt. Umso länger diese Rallye läuft, umso mehr haben die Minenaktien das Potenzial, den Nastic out zu performen. Deshalb, wir persönlich präferieren Minenaktien, aber generell als Beimischung in einem global positionierten Aktienportfolio, in verschiedenen Sektoren machen Minen durchaus Sinn. Hier wird wirklich Geld verdient, nicht nur Fantasie gehandelt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Wochenende, dann mit einem Minenportee von Kinross Gold. Bis dahin, Ihr Hannes Zipfel.